Janika, wie schaffst du es, TikTok, LinkedIn, Instagram, YouTube, WhatsApp und Facebook alleine zu bespielen und das mit ziemlich gutem Erfolg? Das ist eine sehr gute Frage. Manchmal weiß ich das, glaube ich, auch nicht. Ich denke, dass da eine gute Vorbereitung und auch eine gute Teamarbeit dazugehört. Teamarbeit? Also doch ein wenig Team? Auf jeden Fall. Wie viel Team seid ihr? Also bei uns, ich würde sagen, unser Presseteam besteht zum einen aus meinem Chef, das ist der Pressesprecher unserer Stadt, der Herr Specht. Ich habe eine Kollegin, die mich so ein bisschen unterstützt, ich sage mal, die ganzen organisatorischen Sachen mit zum Teil übernimmt, aber auch teilweise Facebook-Posts hochlädt. Dann gibt es noch unsere Kollegin vom Tourismus, die hier einen großen Teil abdeckt. Eine Kollegin für den Bereich Städtepartnerschaften und Fairtrade. Die sind so bei uns in der Abteilung und ich habe so für mich in den letzten paar Jahren ein kleines Team aus Azubis zusammengestellt, die mich ein bisschen unterstützen, was TikTok angeht und mir da auf jeden Fall weiterhelfen. Richtig gut. Wenn du sagst Abteilung, wie ist das bei euch organisiert? Also ihr seid eine Stadt und habt einen Oberbürgermeister, korrekt? Genau. Was passiert dann? Wie viele Ebenen sind da, bis du kommst? Also unser Oberbürgermeister ist quasi so, ich sage mal, wenn man davon ausgeht, die höchste Ebene. Wir haben dann verschiedene Abteilungen und auch Fachbereiche und so ein bisschen eine Sonderstellung, sage ich jetzt mal, haben Stabstellen. Da zählt zum Beispiel unsere Stabstelle dazu. Das ist quasi die Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Europa, heißt die. Da ist dann mein Chef quasi über mir und dann komme ich. Nice. Also eine Stabsstelle. Ihr seid so 38.000 Leute in Tuttling, ne? So Menschen. Genau, ja. Wie groß ist eure Verwaltung? Wir sind mit allen Bereichen, also nicht nur der Verwaltung an sich im Rathaus, sondern wir haben ja zum Beispiel auch noch den Bauhof. Wir haben auch noch ganz viele Kindergärten bei uns. Auch zum Teil Hausmeister und Hausmeisterinnen an Schulen. Also da gehören wirklich viele Leute dazu. Sind wir wirklich inzwischen fast knapp 900 Mitarbeitende, würde ich sagen. 900, okay. Also wir fragen diese Sachen ja zum einen, wir sparen uns, ich habe es ja schon im Vorgespräch quasi gesagt, wir sparen uns so ein bisschen die Standard-Kennlernrunde und sprechen lieber direkt über das, was uns alle bewegt, weil in diesem Ehrenbehörde-Podcast geht es ja um die Ehrenbehörden. Ihr seid eine dieser Ehrenbehörden der Wochen, die wir schon gekürt haben und uns interessiert total, wie ihr das alles aufbaut, wie ihr das macht und wie ihr das alles organisiert kriegt, weil so viel kann, da kann Luisa vielleicht noch so zwei der Sachen zu sagen, aber ihr macht ja extrem viel und dafür seid ihr extrem wenig. Ja, vor allem seid ihr relativ klein. Ihr habt glaube ich 38.000 Einwohner und wenn man aber eure Follower anguckt auf den Kanälen, also zum Beispiel auf Insta habt ihr fast 8.000 Follower, auf Facebook 4.000 und TikTok bespielt ihr ja auch. Das ist ja noch nicht mal irgendwie die großen Behörden machen. Da habt ihr 2.000 Follower, YouTube seid ihr 500 Follower. Also das finde ich schon beeindruckend, dass ihr da auch das Engagement schafft. Ihr schafft es nicht nur die zu bespielen, sondern die Leute kommen auch. Und wenn man jetzt überlegt, dass 8.000 Leute auf Instagram euch folgen, dann ist das ja quasi 25 Prozent. Also ich finde das wirklich beeindruckend. Wie schafft ihr das da die Leute auch wirklich? Das werden wahrscheinlich Tudlinger Bürgerinnen und Bürger sein. Wie schafft ihr das, die so anzusprechen? Also es sind auf jeden Fall zum großen Teil Bürger und Bürgerinnen unserer Stadt. Wir haben aber auch relativ viele Einpendler und Einpendlerinnen aus den umliegenden Orten. Das sieht man auch so ein bisschen, wenn man unsere Insights anguckt, dass da quasi so auch aus den Nachbardörfern da auf jeden Fall ein paar Follower und Followerinnen mit dabei sind, die sich natürlich auch für die Themen interessieren. Gerade wenn es auch so um Themen wie Veranstaltungen oder eher schwierige Themen wie Baustellen oder so geht. Da merkt man dann doch auch, dass aus den Nachbargemeinden da viele zu uns wandern. Und ja, wir haben so ein bisschen das Ziel, halt möglichst viele Bürger und Bürgerinnen ganz einfach zu informieren. Also so, dass jeder quasi seinen Weg irgendwie zu uns findet. Und es gibt vielleicht den einen oder anderen, der uns auf Instagram und Facebook folgt. Dann gibt es den anderen, der aber sagt irgendwie, nee, das ist gar nichts für mich. Ich habe nur WhatsApp. Dann gibt es wieder die eher jüngere Generation, die sagen, boah, Facebook, Instagram ist mir alles schon zu alt. Ich bin lieber bei TikTok. Und so haben wir vielleicht die Chance, jede Zielgruppe auf irgendeine Art und Weise zu erreichen und dadurch. Das ist am Ende ja auch die Herausforderung von Behörden, dass einfach eine wahnsinnig breite Zielgruppe da ist. Es ist ja schon irgendwie eine Zielgruppe, es sind die Einwohner, aber das Alter macht es halt schwer, weil die Älteren vielleicht eher auf Facebook sind, auf WhatsApp, die Jüngeren eher auf TikTok. Gerade so Jüngere, finde ich, also aus meiner Perspektive, werden bisher wirklich selten angesprochen. Aber da habt ihr, glaube ich, einen ganz guten Weg gemacht. Also ihr bindet ja auch die Azubis aktiv ein. Und da habe ich dich auch drüber kennengelernt, weil ich den Post gesehen habe mit den Azubi-Blogs. Und das fand ich super spannend. Wie ist das Feedback von den Azubis? Also war das einfacher, Azubis zu finden, die da Bock drauf haben? Wir hatten damals die Chance genutzt, als die neuen Azubis zu uns gekommen sind. Dann habe ich gesagt, okay, wir müssen da gleich mal mit einsteigen und schauen, ob da vielleicht welche dabei sind, die da Lust drauf haben. Und am Anfang hat man schon gemerkt, es haben sich viele einfach noch ein bisschen zurückgehalten und wussten auch nicht so richtig, was kommt da vielleicht. Wir hatten auch noch nicht so richtig Beispiele, die wir zeigen konnten, sondern ich konnte immer nur sagen, so und so stelle ich mir das Ganze vor. Und da hat man schon gemerkt, dass viele zum Beispiel gesagt haben, ich kann mir vorstellen, mir Ideen zu überlegen, aber ich möchte nicht unbedingt vor die Kamera. Das war so der erste Step quasi. Und dann hat man irgendwann mal gesagt, ja, guck mal, wir können uns das ja mal so und so ein bisschen überlegen. Was haltet ihr davon einfach mal, zum Beispiel zu dem Thema Vlogs quasi? Ihr könnt das selber filmen, ihr könnt euch selber in Szene setzen, so wie ihr das möchtet. Dann habt ihr auch noch ein bisschen mehr Einfluss darauf, so wie ihr euch wohlfühlt. Und da kamen dann die Ersten, die gesagt haben, ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Ich mache da einfach mal was. Und teilweise sind die Videos, die ich dann bekommen habe, so wie wir sie jetzt hochgeladen haben. Also da musste ich nicht mehr viel dran ändern, weil die einfach ja, finde ich, viele Jugendliche in dem Alter schon das Gespür dafür haben und viele junge Erwachsene, wie soll so ein Video aussehen? Die wussten genau, als ich gesagt habe, ich hätte gerne einen Vlog. Ah ja, okay, ja, das weiß ich, wie das funktioniert. Und da musste ich gar nicht mehr viel Arbeit und Erklärung reinstecken, um so einen, wie ich finde, sehr guten Output zu bekommen. Wie seid ihr da rangegangen, gerade am Anfang? Also jetzt, wir haben, Ideen gibt es ja viele in Behörden. Aber das Umsetzen ist ja allein schon aufgrund von, selbst wenn man in so einer relativ guten Position ist wie du, dass man quasi ein kleineres Team hat, relativ guten Draht und einen Weg auch zu den Entscheidungsträgern. Aber trotzdem muss man die ja überzeugen. Trotzdem kann man ja da nicht einfach hin, ja, ich mache jetzt einfach. Wie bist du da rangegangen, dass du quasi von dieser, ey, wir haben die Azubis, lass uns die doch mal einbinden, zu quasi von oben und von der Seite des Go bekommen hast, dass sie gesagt haben, mach mal. Also da kann ich mich eigentlich noch an ein ganz gutes Gespräch mal erinnern. Zum einen mit unserer Personalabteilung, die zu mir kamen und gemeint haben, ja, könntest du da nicht nochmal auf Instagram Werbung machen für unsere Ausbildungsberufe? Wie in vielen Bereichen fehlen da einfach oft die Bewerbungen. Und dann habe ich halt mal unsere Insights angeguckt und es waren vielleicht 1,5 Prozent unter 20, die uns gefolgt haben. Da habe ich schon gesagt, irgendwie, ich glaube, auf Instagram macht das nicht so viel Sinn, auch wenn man sonst die Altersstruktur anguckt. Das sind einfach nicht die Leute, die entweder ihren Kindern das weitergeben würden, dass es Ausbildungsberufe gibt oder die sich selber nochmal so mit 15, 16, 17 halt dann bewerben einfach auf die Berufe. Und dann bin ich zu meinem Chef, eben dem Herr Specht, gegangen und habe auch gesagt, ja, meinst du, habe ich da so einen Freifahrtsschein, das mal auszuprobieren mit TikTok? Ich glaube, dass das ganz cool werden könnte, wenn man da so einen Mix aus, wir sind zwar eine Behörde, aber wir können auch witzig und unterhaltsam sein. Wenn man da so einen Mix draus findet, könnte es, glaube ich, ganz gut werden. Und man kann es ja einfach mal ausprobieren, wenn es nicht läuft. Dann hat man aber zumindest gesagt, man hat es versucht. Und er war da eigentlich gleich sehr offen, meinte, ja, er vertraut mir da total. Wenn ich der Meinung bin, dass wir das brauchen, dann können wir das gerne mal machen. Und so hat dann das Ganze eigentlich auch angefangen, dass ich dann mal versucht habe, die ersten Videos hochzuladen, zu schauen, was läuft denn so, was gefällt den Leuten so, wo kriegen wir auch Feedback dazu. Ja, und das war eigentlich auch sehr spannend, das mal auszutesten und noch nicht so direkt eine Vorgabe zu haben, so und so muss es aussehen, sondern selber frei zu sein und zu sagen, ah ja, das stelle ich mir vor und vielleicht klappt es und vielleicht klappt es nicht, aber es ist nicht schlimm, weil man hat es einfach mal getestet. Wann war das? Im Dezember 2022. Also die Gespräche waren so im November, würde ich sagen, und gestartet mit den Videos haben wir dann Dezember 2022. Und dann habt ihr jetzt quasi in einem Jahr dann das zu dem gemacht, was es jetzt bei euch ist. Genau. Und wie ist das mit der, also jetzt hast du angefangen, offensichtlich war es so gut, dass man nicht direkt gesagt hat, schöner Test, das lassen wir wieder, sondern scheinbar war es gut. Wie ist jetzt der Status, auch mit den Personal-Lanen? Wie ist da jetzt gerade die Zusammenarbeit? Hat das was mit TikTok gebracht? Also ich kann mir schon vorstellen, dass es auf jeden Fall auch ein anderes Bild auf die Stadt wirft, kann ich mir so vorstellen, dass Jugendliche vielleicht sehen, ah okay, es ist doch gar nicht mehr so öde, wie man vielleicht manchmal den Eindruck hat oder wie es manchmal vielleicht auch scheint. Sondern ich finde, dass wir da relativ gutes Feedback bekommen, auch zum Beispiel die Erzieherin, mit der ich immer die Videos drehe, mit der Auszubildenden, die meinte auch, dass Leute schon auf sie zugekommen sind, sei es jetzt Eltern, die irgendwie Videos gesehen haben oder auch auf einer Ausbildungsmesse jemand, der dann kam und gesagt hat, ah, guck mal, ich kenne dich doch von TikTok. Also es scheint auf jeden Fall so, dass die Videos gesehen werden. Ich glaube, dass man, um konkret zu sagen, es haben sich jetzt deswegen Leute beworben, dass es dafür vielleicht noch ein bisschen zu früh ist, aber dass man das so in den nächsten Jahren wahrscheinlich einfach dann rausfindet, ob es auch wirklich was gebracht hat. Aber so das Stimmungsbild, würde ich sagen, ist auf jeden Fall sehr positiv, sowohl von außen, von Bürgerinnen und von Bürgern, als auch intern in der Verwaltung. Und das ist ja ganz kurz, sorry, Löse, nur genau dafür, weil der Punkt so wichtig ist, weil viele denken ja, dass man alles nur macht, damit der Return on Invest direkt ist. Also es ist so, ja, wir können das ja machen, aber nur, wenn sieben Ausbildungsberufe direkt voll sind. Aber das ist ja gar nicht das, was man macht, sondern man macht ja Markenbekanntheit. Und Markenbekanntheit ist ja quasi der Weg von, oder am Ende ist Marke ja das Gefühl, was man hat, wenn man mit der Marke in Verbindung hat. Das ist die Marke. Und wir versuchen quasi, und das macht ihr ja total gut, auf möglichst vielen Berührungspunkten, Touchpoints, ein Bild zu schaffen, was dann irgendwann vielleicht jemanden dazu bringt, ein gutes Bild über die Stadt zu haben. Und dann eventuell in dem entscheidenden Moment von, was mache ich eigentlich nach meiner Schule, dann der Moment kommt von, Moment, ich habe da mal was auf TikTok gesehen. Ja, vor allem gerade als Kleinstadt ist es doch bestimmt noch mal schwerer, da die Jugendlichen anzusprechen. Weil wenn ich jetzt aus meiner Perspektive denke, ich komme halt auch aus einer relativ kleinen Stadt, die ist noch ein bisschen kleiner, halb so groß wie Tuttingen, aber mir im Leben nicht eingefallen, dort zu studieren, weil das für mich super langweilig vorkommt. Also ich habe mich nur bei größeren Städten beworben. Merkt ihr das, dass die, also wahrscheinlich eure Auszubildenden-Zielgruppe sind schon Jugendliche aus Tuttingen, weil es wird niemand nach Tuttingen ziehen, extra, um dort zu studieren, wie es bei Großstädten zum Beispiel ist. Ja, aber merkt ihr das, dass es schwierig ist, da die Jungen auch für die Verwaltung, für Tuttingen zu begeistern? Also ich glaube, man merkt es im Allgemeinen, dass es viele gibt, also wenn ich jetzt auch so an meine Schulzeit damals zurückdenke, ging es, glaube ich, vielen ähnlich, die dann direkt gesagt haben, okay, wir haben zwar eine Hochschule, die ist aber sehr technisch orientiert, weil wir ja auch sehr viel Medizintechnik bei uns haben, aber da haben viele gleich danach gesagt, nee, ich möchte irgendwo anders hin, ich möchte irgendwas anderes machen und ich möchte wegziehen. Aber es gibt auch wieder viele Azubis, mit denen ich mich jetzt so unterhalten habe, die eben gerade das Gegenteil gesagt haben, die gesagt haben, ich habe irgendwie was gesucht, weil ich habe hier meine Freunde, ich habe hier mein Umfeld, ich möchte gern hier bleiben und dann haben viele gesagt, okay, dann schauen wir halt mal, was es hier so gibt und wir sind ja doch, würde ich sagen, relativ vielseitig bei der Verwaltung. Wir haben eben diesen typischen Verwaltungsbereich, wir haben aber auch Auszubildende eben im Bereich Bauhof, dann irgendwie zum Beispiel den Gärtner oder die Gärtnerin. Wir haben aber auch den Bereich Erzieher, Erzieherin. Wir bieten auch teilweise Plätze an, wenn man studiert quasi und einen Praxisplatz braucht bei einem dualen Studium, wo man sagt, wir haben schon ein vielseitiges Angebot und man muss das nur manchmal, glaube ich, ein bisschen mehr kommunizieren, habe ich mir damals gedacht, weil viele einfach wirklich nur gedacht haben, okay, da kann man halt in der Verwaltung arbeiten, ja, okay, aber dass man ja wirklich so viele verschiedene Bereiche hat und da doch vielleicht für jeden was dabei ist, das wissen, glaube ich, oder wussten, glaube ich, viele nicht. Ja, ich glaube, Kommunikation ist einfach der Schlüssel dafür und ich glaube, du kannst dich ziemlich gut in die Lage reinversetzen, weil du bist jetzt aus, du hast, glaube ich, in Karlsruhe studiert und bist dann zurück nach Tuttlingen, deine Heimatstadt, in so meinem Alter ungefähr und diese Beweggründe kannst du wahrscheinlich sehr gut nachvollziehen und das vermitteln. Also, was hat sich dazu geführt? Weil ich glaube, wir sind, wenn ich da den Hintergrund sehe, so mit Reisen, kann ich mir vorstellen, dass wir ziemlich ähnlich eingestellt sind. Ich würde aber zum Beispiel niemals zurückziehen. Ich glaube, Tuttlingen ist vielleicht noch ein bisschen schöner als Westerstede, wo ich herkomme aus dem Norden, aber was waren so deine Beweggründe, da zurückzuziehen? Also, ich war nach meinem Studium da auch mit einer Freundin reisen, drei Monate und danach war dann eben so die Frage, ja, wohin geht es denn jetzt für mich? Geht es jetzt irgendwie wieder zurück? Bleibe ich in der Region Karlsruhe oder geht man nochmal ganz woanders neu hin? Und ich hatte dann damals mich eben so ein bisschen umgeschaut, was gibt es so für Stellen und hatte dann relativ schnell eigentlich die offene Stelle bei der Stadtverwaltung gefunden und es sprachen eigentlich auch viele Sachen dafür, weil ich hier in einem Verein tätig bin. Ich habe hier ganz viele Freunde noch, auch viele, die doch irgendwie wieder zurückgekommen sind nach dem Studium, wo ich einfach gesagt habe, das passt gerade für mich hier einfach auch. Also, ich finde die Lage von Tuttlingen mega schön, weil man hat viel drumherum mit dem Bodensee auch zum Beispiel oder dem Schwarzwald, was man machen kann. Und dann war es eigentlich damals keine schwierige Entscheidung für mich zu sagen, okay, ich bleibe mal hier. Und ich dachte eben dadurch, dass ich auch schon den Hintergrund habe, mich in Tuttlingen auskennen, passt es auch zu der Stelle, weil man da ja gerade die Aufgabe hat, Tuttlingen irgendwie nach außen zu präsentieren und die schönen Seiten und die Vorteile zu zeigen. Und ja, dann dachte ich irgendwie, okay, man kann es ja einfach mal versuchen. Ich wusste jetzt nicht, ob ich als Quereinsteigerin dann so geeignet dafür bin, aber gerade das hat nachher mein Chef damals gesagt, hat ihn quasi überzeugt, dass er meinte, er hat damals schon das Thema Video sehr präsent gesehen, also vor fünf, sechs Jahren und hat gesagt, ja, ich brauche keine zweite Pressesprecherin, sondern ich brauche jemanden, der was Neues kann. Und das war in dem Fall dann ich mit meinen Videos. Und gerade so als Quereinsteigerin und dann noch so jung, ich denke mal, du warst irgendwie 23, viele berichten immer, wenn man als Quereinsteiger in die Behörde kommt und so einen Kulturschock, gab es den für dich? Also ich würde schon sagen, dass es den am Anfang ein bisschen gab, ja, das muss ich echt sagen. Ich glaube aber, dass es völlig normal ist, weil man halt ja nie den direkten Einblick, so wie man ihn wirklich dann als Mitarbeitende hat. Man sieht, also ich war schon öfter im Rathaus, klar, so im Bürgerbüro, war man für irgendwelche Termine und man kannte so die Stadt an sich oder die Stadtverwaltung schon, aber man hat ja noch nie so den richtigen Einblick bekommen und ich habe jetzt auch niemand Näheres aus meiner Familie, der irgendwie in der Verwaltung arbeitet. Das heißt, ich hatte keinen so direkten Einblick irgendwoher, aber an viele Sachen, muss ich sagen, gewöhnt man sich auch mit der Zeit und in unserer Abteilung finde ich manche Sachen eben besonders schön, wie zum Beispiel diese offene Kommunikation, dass wir keine so eine klare oder so eine krasse Struktur haben, so dass jetzt der Chef und der gibt alles vor und danach kommen erst die anderen, sondern wir sind ein relativ gutes Team, was auch viel zusammenarbeitet und viel zusammen entscheidet und deswegen ist es auch, glaube ich, nochmal was Besonderes bei uns, dass ich nie so das klassische Gefühl hatte von wir sind jetzt in der Verwaltung und da herrschen so Strukturen und ich muss alles hundertmal absprechen und 20 Unterschriften vorher sammeln, bevor ich irgendein Video veröffentlichen darf. Deswegen ist das eigentlich sehr schön. Ich finde das super cool, dass es da auch einfach mal dieses Gegenbeispiel gibt, dass es auch anders geht, weil mein Eindruck von der Verwaltung war halt sehr klassisch, Behördenklischee geprägt, aber ich kriege halt immer mehr mit, dass es auch anders geht und das freut mich, dass es dann auch nach außen kommuniziert wird. Und es ist ja auch nichts, was bleibt. Also das Brüchernde oder das, sagen wir mal, selbst wenn es die gibt, die sagen, naja, ich habe jetzt noch 5, 6 Jahre, da ändere ich mich jetzt nicht mehr viel, das bricht ja irgendwann auch weg. Also es sind irgendwie was, 60 Prozent oder so in den nächsten 5 bis 10 Jahren, die oben quasi rauswachsen, dann kommt eine ganze Menge nach, das wird neu und speaking of neu, jetzt hast du gesagt, du wurdest quasi mehr oder weniger dafür eingekauft, neu zu machen, Video zu machen, Pressesprecher haben wir schon, mach mal neu. Wie hast du angefangen? Weil das ganz, ganz viele Kommunen denken sich, so ist ja schön und gut mit diesem TikTok und mit diesem Instagram und wir haben ja aber einen, der so mit halbtags dabei ist und wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen. Wo hast du angefangen? Also die Stelle, die ich damals hatte, die war vorher, oder das war quasi eine Elternzeitstelle, die ich dann übernommen habe und es war aber eher für den Bereich wirklich Pressearbeit, nur wir haben dann die Stelle so ein bisschen umgeändert, weil es ja hieß, schaut, dass ihr ein bisschen, wir wollen ein bisschen mehr Video machen, das heißt, wir müssen die Stellenanteile dann auch so ändern, dass in dem Fall ich auch dafür Zeit habe. Davor wurde Instagram so ein bisschen von zwei Fachbereichen nebenher, so wie jeder Zeit und Lust hat, quasi betrieben und da wurde, glaube ich, dann das erste Mal gesagt, okay, nee, wir haben jetzt, Frau Megale, die ist jetzt dafür zuständig, das hieß auch für alle im Haus, wenn sie da irgendwie ein Thema dazu haben oder wenn ich auf die zukomme, dann wissen sie genau, okay, es geht jetzt um dieses Thema. Ich glaube, dass das schon mal sehr weiterhelfen kann, wenn es wirklich jemand dafür gibt, der dafür Verantwortung übernimmt und nicht irgendwie so dieses, zehn Leute werkeln dran rum und dann muss man immer zehn Besprechungen machen, damit man sich nachher für einen Post eidigen kann, sondern wenn es wirklich einen gibt, der sagt, ich nehme das in die Hand und das ist meine Aufgabe, dann hatte ich das Gefühl, dann läuft das auch ganz gut so weit, deswegen war das damals so einer der ersten Schritte, dass ich das quasi in die Hand genommen habe und gerade beim Thema Video haben wir dann auch einfach ein bisschen ausprobiert, was funktioniert gut, welche Themen lassen sich da gut bespielen, welche eignen sich vielleicht eher nicht so, dann entsprechend auch mit der Zeit hat man so die Technik angepasst, also mal gesagt, okay, dann schaut man nach einer Kamera, mit der man bessere Videos machen kann, was brauche ich denn noch so, okay, zum Beispiel ein Mikrofon, um die Texte einzusprechen, braucht man irgendwie noch was, irgendwann dann, so im Laufe der letzten paar Jahre, braucht man vielleicht noch ein Mikrofon fürs Handy dann, weil man dann doch mehr Videos mit dem Handy dreht und so hat sich das eigentlich dann mit der Zeit entwickelt und auch immer qualitativ verbessert, kann ich auch rückblickend so sagen. Vielleicht nochmal genau auf das rückblickend, also du hast jetzt das, fünf Jahre, sechs Jahre machst du das, du hast gesagt, dass ihr viel ausprobiert habt, gelernt habt, schrittweise quasi auch Technik angeschafft habt, das ist vielleicht auch für ganz, ganz viele, die zuhören, das Wichtigste, es geht nicht darum, direkt die beste Technik aller Zeiten zu haben, sondern so 80, 20 erstmal irgendwo anzufangen, retrospektiv, beziehungsweise Stand heute, eine Kommune, eure Größe, hat jetzt jemanden, der für Social Media verantwortlich ist, nicht nur zuständig, verantwortlich. Wo fängt man an, um von Null auf Eins zu kommen? Also wichtig ist es, einen guten Überblick mal über die Verwaltung zu haben und zu wissen, was passiert denn da so, über was kann ich auch berichten, was gibt es so, wer sind meine Ansprechpersonen für die verschiedenen Themen, dass ich immer genau weiß, okay, ich will heute was zu dem Thema, zu der und der Baustelle machen, dann weiß ich genau, der Herr Müller ist jetzt dafür zuständig, dann habe ich auch meinen Ansprechpartner und weiß, wo ich meine Informationen auch zum großen Teil herbekomme. was sich für uns auch ganz gut so im Laufe der Zeit entwickelt hat, war so ein gewisser Workflow, also wie kommt es dazu, dass Themen bei uns auf Social Media erscheinen, dass ich mit meinem Chef zum Beispiel drüber spreche und er sagt, ja, jetzt nächste Woche sollte das und das Thema mal gespielt werden, dann überlege ich mir was dazu, wir schauen ein bisschen, passt es oder passt es nicht oder ich bereite auch schon einfach was vor und er sagt dann einfach nur, okay, go, kannst du hochladen, ich glaube, dass da so ein gewisser Arbeitsfluss ganz gut sein kann und ganz hilfreich sein kann, auch um schneller zu werden in den ganzen Themen und für uns haben auch irgendwann so bestimmte Content-Formate dann funktioniert, zum Beispiel, dass wir sagen, immer am Ende vom Monat kommen drei Veranstaltungen für den nächsten Monat, dann habe ich immer schon mal auf jeden Fall ein Posting in der Woche oder zu sagen, eben mit unseren Azubis jetzt auch, wir haben diese Vlog-Formate, die können die jetzt gerade aktuell selber für sich produzieren, schicken sie mir dann zu, ich nehme sie ab und habe dann auch schon mal wieder ein Format, das funktioniert, wo ich weiß, dass das passt. Ich glaube, dass man sich so langsam so einen Plan aufbauen kann und so eine Struktur einfach hat, dass man wirklich genau weiß, okay, die zwei Beiträge kommen jetzt nächste Woche, die kann ich für mich vorbereiten und habe die dann auch parat, dann entsteht auch keine so eine Lücke, wo einfach mal nichts passiert, sondern man hat irgendwie immer was, was man dann hochladen kann. Verantwortung klären und Planung reinkriegen. Oh, jetzt kommt hier wieder das mit diesem, okay. Technisch, wo fängt man an? Also ich finde es wichtig, dass die verantwortliche Person ein gutes Handy hat, also gerade wenn man viel mit dem Handy vielleicht auch am Anfang dreht, da muss einfach die Qualität stimmen, weil ich glaube, sonst hat man da nicht so viel Spaß daran, mit irgendeinem älteren Handy da Videos zu produzieren und jedes Mal selber festzustellen, ah, die Qualität ist nicht so super. Vor allem wäre es auch schade, wenn man da so viel Mühe und Zeit reinsteckt und es nachher daran scheitert, dass die Leute die Qualität nicht gut finden, sowohl sei es jetzt Ton oder Bild. Das finde ich einfach wichtig, dass das quasi passt und danach kann man wirklich einfach mal schauen, wie intensiv man das betreiben will. Braucht man jetzt noch ein wirkliches Mikrofon, um Texte einzusprechen? Brauche ich jetzt wirklich eine richtige Kamera? Aber so für den Anfang, glaube ich, ist ein gutes Handy mal ein guter Start, vielleicht noch ein Funkmikrofon, dass man da auf jeden Fall auch einen guten Ton hat. Ich glaube, damit macht man nicht viel falsch. Und das ist halt genau das. Also großartig. Also auch meine Erfahrung genau das. Und das nimmt auch den Verwaltungen ein bisschen, glaube ich, so ein bisschen die Anfangshürde. Weil man muss halt nicht mit einer 6.000-Euro-Kamera und 400, 500, 600 Euro Mikrofonen anfangen, sondern das Handy. Und da muss man auch töpfeweise gucken, kann man ja clever sein. Also da brauchst du manchmal auch gar kein extra Budget, sondern es gibt ja durchaus Budgets von, okay, du bist jetzt in der Presseabteilung, also ist ein Diensthandy völlig in Ordnung. Und dann kann man ja mit der IT-Abteilung je nachdem mal absprechen, ob man sonst mal ein besseres Handy beschaffen kann, was aber quasi über einen anderen Topf läuft. Weil viele haben dann ja immer das Problem, okay, wir haben aber kein Geld. Da haben wir zwar die Stelle, aber wir haben kein Geld. Also da kreativ zu werden und zu sagen, okay, du kannst einfach ein Diensthandy nehmen, nimmst halt ein besseres und kriegst es über einen anderen Topf rein. Dann hast du schon mal was, um irgendwie anzufangen. Und wenn dann Geld übrig ist, die nächste Prio-Mikrofon. Und die kriegst du halt auch schon für 150 Euro. Gutes Funken-Mikrofon. Total gut. Lisa hat 17 Fragen, Entschuldigung. Habe ich auch wirklich. Du hast schon erzählt, dass du nach Japan fliegst, jetzt bald für vier Wochen. Und wir haben jetzt gerade ein bisschen über Planung gesprochen. Hast du alles im Voraus geplant? Also für alle Kanäle. Ich plane so ein bisschen LinkedIn voraus. Und das ist schon, und was sich sonst meine Aufgaben sind, plane ich voraus. Das ist schon einiges an Arbeit. Aber wenn ich mir das vorstelle, für fünf, sechs Kanäle, hast du das alles im Voraus geplant? Wie läuft das mit deiner Urlaubsvertretung? War das einfach, überhaupt vier Wochen durchzusetzen? Hatte dein Chef irgendwie Bedenken, dass dann auf einmal Social Media brachliegt? Also wir haben, ich habe ein paar Sachen, sorry, ich habe ein paar Sachen vorgeplant, wo ich jetzt auch weiß, gerade so bei dem Thema Video, ist es schon noch so, dass wir sagen, okay, da bin ich eigentlich diejenige, die die Videos halt irgendwie produziert und vorbereitet. Aber das war ja auch was, was man jetzt teilweise auch wusste, dass ich da nicht da bin. Und dann konnte man das ja auch entsprechend einplanen und sich schon mal überlegen, was passiert denn in der Zeit? Was für Videos könnten da passen? Sowas wie zum Beispiel, dass die Ausstellung, die wir aktuell in der Galerie haben, die ist noch bis Ende April. Das heißt, dann habe ich quasi ein Video schon vorproduziert, um das nochmal anzukündigen mit ein paar Einblicken in die Galerie. Sowas kann man ja dann auch gut vorproduzieren. Und wir arbeiten jetzt, ja, so seit einem halben Jahr auch viel mit Canva zum Beispiel. Und da haben wir dann für Beiträge bestimmte Vorlagen. Und das habe ich mal vor ein paar Wochen dann allen erklärt aus unserem Team und habe quasi gesagt, so funktioniert es. Das heißt, falls ihr jetzt spontan irgendwie einen Beitrag hochladen müsst, hier sind die Vorlagen. Da gibt es eine Vorlage eben zum Beispiel für die Beiträge im Feed selber. Es gibt auch Vorlagen für die Stories zum Beispiel, wenn wir irgendwelche Pressemitteilungen haben oder für Baustellen, haben wir nochmal eigene Vorlagen oder Jobanzeigen. Und die wissen jetzt genau, wo die liegen, wie sie die einspielen müssen, in der Hoffnung, dass es eigentlich nicht auffällt, dass ich nicht da bin. So gute Vorbereitung und Planung dann am Ende. Ja, das... Was nutzt ihr dann zum Vorplanen? Also Canva hast du jetzt schon gesagt. Habt ihr dann Canva mit euren Accounts verbunden, sodass ihr aufs Canva die Sachen vorbereiten könnt? Oder nehmt ihr die Business Suite oder habt ihr nochmal was extra? Genau, also wir machen das meistens über die Business Suite quasi da, die Sachen einzuplanen. Ich hab mal bei Outlook einen Kalender eingelegt, wo jeder die Sachen auch einschauen kann, wo jeder weiß, okay, so und so sieht gerade der Kalender aus, das sollte dann und dann kommen oder wo mein Chef auch reingucken kann, falls er irgendwelche Ideen hat. Und das heißt, das ist so meine Planung, aber wirklich, dass sie halt dann hochgeladen werden, dass wir sie einplanen, dann entweder über Instagram, über die App direkt, gerade bei Reels zum Beispiel oder dann über die Business Suite, je nachdem, was es für weitere sind. Wie macht ihr das bei TikTok dann? Bei TikTok, da ist jetzt gerade noch so die Frage, wie wir das in der Zeit machen. Mein Wunsch wäre, dass ich das vielleicht an eine aus dem Azubi-Team übergeben könnte, dass ich quasi sag, okay, schau, dass du es an dem und dem Tag die und die Videos hochlädst. Ich hab die in den Entwürfen eingespeichert. Genau, und du musst sie einfach nur hochladen, du musst nichts machen, sonst sind sie fertig. Ich glaube, das wäre so ein bisschen die beste Variante, dass auch nicht alles jetzt dann auf einer Person lastet, das möchte ich natürlich auch nicht, sondern dass man es so ein bisschen aufgeteilt hat. Wie macht ihr das dann mit Community Management? Also Community Management ist ja auch relativ wichtig und ihr bekommt ja auch relativ viele Kommentare. Wenn das komplett wegfällt, das ist ja ein bisschen schwierig. Hast du da auch irgendwie eine Vertretung? Ich glaube, dass das zum großen Teil eben in dem Fall übernehmen wird. Der guckt auch so immer ein bisschen mit, ob er bei Facebook, Instagram irgendwelche Kommentare sieht und gerade in der Zeit, wenn er weiß, dass ich nicht da bin, dann ist eigentlich eben so die Regelung, dass er da ein bisschen mit drauf guckt und schaut, was man so beantworten kann, weil er sich in den meisten Bereichen da dann auch gut auskennt und die Fragen am besten beantworten kann. Wie macht ihr das innerhalb des Teams? Also ihr habt jetzt schon gesagt oder du hast schon gesagt, dass ihr das schon von der Grundstruktur her schon an einem Strang zieht, aber wie läuft das dann konkret? Habt ihr wöchentliche Meetings, tägliche Meetings, Monatsmeetings? Das wirst du dir ja, die Themen wirst du ja nicht alle nur dir aus dem Finger ziehen, sondern da gehören ja ein paar mehr Leute dazu. Wie macht ihr das? Also wir haben, ich würde sagen, so alle ein bis zwei Wochen auf jeden Fall unsere Team-Meetings, wo wir allgemeine Themen auch besprechen und da wird dann schon auch oft, das gibt es quasi genau den Bereich, dass man jetzt entweder während dem Meeting schon feststellt, ah, das könnte ein Thema für Social Media sein, dann schreibe ich es mir auf oder dass man auch nochmal explizit darüber spricht, was gibt es denn jetzt für nächste Woche, was ist schon eingeplant, brauchen wir noch irgendwie was? Meistens weiß ich auch viele Themen schon im Vorfeld, dass ich genau gucken kann, okay, jetzt in drei, vier Wochen steht das und das Thema an, dann trage ich es mir eben in meinen Kalender schon mal ein, dass ich es dann weiß und so entsteht dann eigentlich auch unser Plan, dass man das schon so weit im Vorfeld wie möglich bespricht, aber gerade bei den Teamsitzungen ist dann auch nochmal Raum für spontane Sachen, wenn wirklich irgendwie was Akutes dazwischen kommt oder so, dann kann man das da auch immer noch gut einschieben und da würde ich sagen, die sind so alle ein bis zwei Wochen. Mit den Azubis versuche ich mich auch regelmäßig auszutauschen, da sind zum Beispiel jetzt gerade welche aus dem ersten und aus dem zweiten Lehrjahr bei uns, das heißt, die sind nicht immer gleichzeitig im Rathaus, sondern haben teilweise Wechsel in Schule, aber da ist immer jemand da, das heißt, mit denen versuche ich auch irgendwie regelmäßig in Kontakt zu sein und zu schauen, was die auch so für neue Ideen haben, die wissen auch, dass die zu mir kommen können, falls irgendwie sie das Gefühl haben, eben ich habe da jetzt ein neues Thema, das würde ich bespielen, das würde mich jetzt interessieren, das hätte mich damals interessiert, da ist glaube ich auch der Austausch ganz wichtig. Das ist so smart, ohne Mist, das ist so unglaublich smart, da dürfen sich jetzt alle mal eine Scheibe abschneiden. Ja, ich habe das Gefühl, also ich meine, das machen halt nicht viele, wenn ich jetzt aus meiner Azubi-Perspektive rede, dann bin ich in den meisten Bereichen oder fast eigentlich überall mal nur hingekommen und ja, du machst das, wie alle anderen oder man wurde nie richtig eingebunden, also Peter schon, ich sitze jetzt auch hier, aber ich habe das Gefühl, du machst dasselbe, dass du die Azubis einbindest, wertschätzt, nach deren Ideen fragst, nach deren Meinung und das machen halt nicht viele und ich glaube, das bringt einfach so einen Mehrwert für beide Seiten und ich finde es total schade, dass das irgendwie nicht gesehen wird und als Azubi ist man natürlich dann auch so, man ist halt in seiner Azubi-Rolle und denkt sich, vor allem bei uns, wenn man gedacht, oh Gott, was denken vielleicht der Ausbildungsleiter, das kann ich ja nicht machen und ich bin ja eh nur Azubi und das, aber am Ende hatte ich halt das Gefühl und es ist auch so, dass man auch einfach bessere Arbeit leistet und mehr für den Bereich geben kann. Obwohl, habe ich das falsch verstanden? Also die sind ja gar nicht in deinem Bereich, da sind ja alle eure Azubis oder wie hast du Zugriff auf die? Genau, wir hatten damals alle mal gefragt, wer denn Lust hat. Es sind tatsächlich jetzt viele aus der Verwaltung selber, also die irgendwie zum Beispiel Verwaltungsfachangestellte irgendwie in dem Bereich arbeiten oder da die Ausbildung machen. Es gibt eben die eine Erzieherin, die sich gleich von Anfang an irgendwie hat dafür begeistern lassen, genau, die wechseln ja auch immer die Bereiche, je nachdem, in welcher Praxisphase sie gerade sind oder in welchem Bereich. Aber das Gute ist, dass es abgesprochen ist mit der Personalverwaltung, also die wissen das quasi, dass die dafür auch in Anspruch genommen werden können, sage ich jetzt mal. Ja. Und die wissen auch, dass sie sich dafür Zeit nehmen können, wenn sie das brauchen, dann für die Videos zum Beispiel. Wie ist das Feedback von denen? Also von den Azubis? Also ich habe das Gefühl, dass es ihnen Spaß macht, die Videos zu produzieren und ich finde es auch cool, wenn von denen dann mal ein Feedback kommt irgendwie in die Richtung eben, oh, das Video finde ich jetzt mega gut. Ich habe aber auch ganz klar am Anfang gesagt, ihr dürft mir sagen, wenn ich da irgendwie, also wenn ihr sagt so, nee, Janika, lasst das mal lieber, das ist jetzt voll komisch, das Video. Da müssen die, ich habe am Anfang gesagt, ihr müsst ehrlich da mit mir sein, weil ihr seid nachher die Gruppe oder der Zielgruppe am nächsten, die wir erreichen wollen. Ihr seid eher noch ein paar Jahre weg von der Situation. Ich weiß nicht, ich kriege dann vielleicht auch nicht mehr jeden Trend mit. Ich weiß nicht genau, wie ihr kommuniziert. Ich kann mir das vielleicht aus anderen Accounts ein bisschen zusammensuchen oder je nachdem, was man auch so hört. Aber im Endeffekt muss es, wenn es euch nachher gefällt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es der Zielgruppe gefällt, relativ hoch. Deswegen brauche ich da euer Feedback bei den Videos. Es ist so gut, Janika. Also alle mitschreiben, weil das ist genau das. Zum einen, ihr kriegt, ihr habt mit den Azubis quasi Zeitanteile für eure Social Media Arbeit beziehungsweise eigentlich ja nicht nur für die Social Media Arbeit. Das ist halt ja ein Teil, aber am Ende hängt da ja so viel mehr dran. Das ist ja nicht, ja wir machen Social Media. Das ist ja, wir machen Markenbildung, wir machen Personal, im Prinzip Personalmarketing, all das und das quasi zum Mitkostenpreis und dafür habt ihr auch noch mehr Motivation von den Leuten. Also es ist einfach eine Win-Win-Situation. So viel Win kann man gar nicht in einer Podcast-Folge erzählen, wie viele Gewinne das hat. Insofern, ey, allein dafür Hut ab und großartig, weil das ist genau, genau das, genau das Richtige. Und es ist so schön auch, dass du das sagst mit der offenen Fehlerkultur, weil das ist natürlich das, was dem Ganzen zugrunde liegt, liegen muss. Aber man muss auf der Zunge sich kurz zerbröseln lassen, dass, wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ich werde 29, also 28. Und jetzt sagt eine 29-Jährige, sagt, ihr müsst mir sagen, wenn ich nicht mehr mit eurer Sprache kommuniziere. Alle, die für Behördenkommunikation verantwortlich sind, die Hauptaussage dahinter ist, es ist so vielfältig, niemand weiß irgendwas, nur gemeinsam können wir versuchen, in eine gute Richtung zu gehen. Und dafür müssen wir zum einen ehrlich miteinander sein und zum anderen gibt es quasi dieses Hierarchiedenken von Ideen nicht mehr. In diesem Fall, in diesem Kommunikationsfall, sondern es ist ein, hey, lass uns probieren, das Bestmögliche da rauszukommen und ihr denkt bitte mit. Ihr habt es in der Hand. Ihr sucht euch am Ende mit der Personal, also mit den Social Media Sachen, ihr sucht euch am Ende auch die Kolleginnen und Kollegen, die nachkommen aus. Weil wenn ihr über die Themen, die ihr spannend findet, was ihr spannend an dem Beruf findet, das kann niemand so gut wie ihr. Also macht genau das und ich weiß nicht, ich bin, ich freue mich sehr. Das ist richtig toll. Luisa, du musst mit Fragen weitermachen, weil ich muss kurz, ich freue mich jetzt einfach eine Runde. Ja, das ist gut. Ihr macht damit ja auch irgendwie so ein bisschen dieses Corporate Influencer Ding, ohne dass ihr das so betitelt. München, Monheim, es haben hier ganz viele diese, eine Kampagne und sagen, so hier, das sind unsere Moonfluencer, unsere Münchenfluencer, ich weiß nicht, wie sie so heißen. Aber am Ende macht ihr das ja auch. Also ihr habt eure Azubis, ich habe auch auf TikTok immer wieder, hast du ja erwähnt, die Erzieherin immer wieder gesehen, immer wieder Auszubildende, du hast eine, du bist eine Präsenz, vor allem auch auf LinkedIn. Da geht ihr bewusst in diese Richtung oder hat sich das einfach so ein bisschen entwickelt? Wollt ihr da noch irgendwie weiter hingehen, dass ihr da speziell Personen aufstellt oder was sind da so eure Pläne? Also ich glaube, dass das damals so schon zum großen Teil bewusst entstanden ist, dass man wirklich auch ein paar Personen hat, die öfter auftauchen, weil man dann ja auch, wie du schon sagst, so die tauchen öfter in den Videos auf. Das heißt, man baut irgendwann so, auch wenn man es nicht bewusst merkt, aber eine Beziehung zu denen auf und man weiß irgendwann immer so, ah genau, das ist jetzt die Erzieherin oder das ist jetzt die Verwaltungsfachangestellte oder so ein Beispiel zum Beispiel, was mir jetzt gerade einfällt, von der Stadt Heidenheim, die haben auch den Gärtner Leon zum Beispiel oder so und dann, den habe ich irgendwie so präsent vor mir, obwohl ich den glaube ich noch nie in echt gesehen habe, aber einfach dadurch, dass der ein paar Videos zu sehen war, habe ich den gleich vor mir und das hatten wir halt uns auch erhofft, dass die Leute irgendwann so ein bisschen mehr nicht die Stadtverwaltung Tuttlingen denken, sondern die verschiedenen Menschen, die es einfach auch gibt, weil dadurch, dass man ja so vielseitig und so vielfältig ist, finde ich irgendwie das schön, dann auch den Leuten so ein bisschen oder den Bereichen so ein Gesicht zu geben und das auch ein bisschen mehr zu zeigen. Ich hatte auch schon immer das Gefühl, dass die Videos, in denen Menschen direkt gezeigt werden, dass die besser ankommen, dass die besser geschaut werden. Das heißt, das war noch so ein zweiter Punkt davon und wir würden auch gerne noch ein bisschen mehr so in dem Bereich Corporate Influencing, Influencer machen. Da müssen wir jetzt mal schauen, wie sich das so entwickelt, wie es auch einfach zeittechnisch aussieht, ob sich da Leute finden, die da sagen, ich habe da Lust drauf, was ich mir schon generell vorstellen könnte und wie man das dann auch so aufbaut. Ich glaube, da gibt es viele sehr schöne und sehr positive Beispiele und da muss man jetzt einfach sich mal so in den nächsten paar Wochen nach meinem Urlaub dann einfach da mal so ein bisschen einlesen und reinfinden und schauen, was passt da zu uns. Top. Habt ihr da was, also ich habe noch sehr, sehr detaillierte Fragen, die aber glaube ich ziemlich spannend für dann alle sind. Also zum einen wollte ich noch unterstützend sagen, dass genau das ja das Ziel auch von euch und uns Social Media Managern dann am Ende ist, den Themen ein Gesicht zu geben, weil es geht ja nicht darum, dass man selbst der Held vor der Kamera ist und dann immer derjenige oder diejenige ist, die alles macht, darum geht es ja nicht, sondern man muss ja irgendwo anfangen und langfristig geht es darum, dass quasi immer wieder zu gewissen Themen gewisse Leute in den Vordergrund rücken, damit dann das, was du sagst mit Gärtner Leon genau das passiert und das kriegst du halt nicht am Tag eins hin, sondern es ist ein Prozess, irgendwo muss man halt anfangen. Wie macht ihr den Abnahmeprozess von den Vlogs? Also mir geht es darum, eines der Hauptsachen, die wir immer wieder hören von anderen Behörden, Kunden, wie auch immer, ist immer dieses, ja, wir wollen ja vertrauen, aber wir müssen es am Anfang einfach sehen. Also wie macht ihr diesen Abstimmungsprozess, damit der zum einen für die Creator nicht nervig ist und zum anderen für euch aber sicher, dass ihr sicher gehen könnt, dass die Qualität stimmt? Also bei den Vlogs, muss ich vielleicht auch sagen, hatte ich tatsächlich am Anfang auch einfach mal jetzt Glück mit den Auszubildenden, die sich da gemeldet haben, weil die wirklich von Anfang an schon so ein gutes Gespür dafür hatten. Also ich hatte den am Anfang mal so ein bisschen gesagt, ja, schaut zum Beispiel, das waren einfach nur so klassische Sachen, schaut, dass ihr eure Kamera vorher macht, bevor ihr eine Aufnahme startet oder schaut, dass ihr über euch immer ein bisschen Platz lasst, dass wir da den Text nachher einblenden können. So ein paar Punkte habe ich versucht, denen mitzugeben, aber die haben gleich vom ersten Vlog eigentlich an richtig gute Videos auch selber produziert und abgeliefert. Ich glaube, wir hatten das nur in ein oder zwei Fällen, wo ich dann mal gesagt habe, ja, kannst du schauen, dass du die Aufnahme ein bisschen kürzt, weil die steht ein bisschen lang oder ja, so Feinheiten korrigiert habe. Aber ich glaube auch, das haben die Azubis gar nicht irgendwie als Kritik oder sehr negativ aufgefasst, sondern es war so ein bisschen ein Learning für die, auch für neue Videos, so dann zu gucken, okay, dann haben sie es angepasst, mir wieder zurückgeschickt und dann war es, okay, super, passt. Ich hatte dann mal einen Vlog irgendwie vorbereitet mit dem Text und Musik ein bisschen unterlegt und dann wieder zurückgeschickt und alle waren so, okay, wenn alle so in dem Stil sind, passt das für uns und haben quasi dann ihre Freigabe so erteilt. Und jetzt haben wir ja ein paar Vorlagen, das heißt, wenn wir jetzt neue Auszubildende gerade aus dem ersten Lehrjahr haben, wo ich auch gerne noch so Vlogs hochladen würde, dann kann ich denen die schon schicken und kann sagen, hier, so stellen wir es uns vor, schickt mir mal was, dann kann ich euch Feedback geben. Aber ich glaube auch dadurch, dass man jetzt die Vorlage hat, fällt es anderen Auszubildenden einfacher, sich das vorzustellen und auch zu wissen, auf was lege ich Wert und auf was können sie selber während dem Dreh schon achten. Super gut. Was sind denn dann deine Vorlagen? Wo guckst du dir Sachen ab? Also ich glaube, dass ich schon eine relativ hohe Bildschirmzeit allgemein habe, dass ich viel Zeit so auf Social Media verbringe und einfach mal schau, was passiert da allgemein so, ohne jetzt auch speziell auf Behördenkommunikation zu schauen. Aber dann auch einfach mal zu gucken, was machen so größere Städte so, wir folgen da auch ein paar dann auf Instagram und auf TikTok und zu sehen, okay, kann man da sich irgendwelche Ideen so ein bisschen abgucken, in welche Richtung, über welche Themen sprechen die auch so. Nur, ja, ich finde, da darf man, glaube ich, sich nicht zu sehr nur auf Behördenkommunikation fokussieren, sondern man muss auch einfach mal gucken, was machen so andere Bereiche, also was machen Marken oder was machen irgendwie andere Behörden, die nicht in der Verwaltung arbeiten so spezifisch, sondern irgendwie, was macht die Feuerwehr, was macht die Polizei. Da gibt es ja auch relativ große Beispiele, wo man mal schauen kann, wie die so Videos produzieren und da vielleicht auch noch mal gute Ideen und Inspirationen findet. Mega spannend. Auf jeden Fall. Du bist ja sogar auch nebenberuflich selbstständig, also da Social Media ist deine Leidenschaft. Da machst du auch noch Social Media, richtig? Genau, ja. Also ich finde Social Media einfach mega den spannenden Bereich und ich finde es auch schön, mich da in verschiedene Bereiche reinzudenken und zu überlegen, was könnte bei denen gut laufen auf Social Media, die Bereiche kennenzulernen, also sei es jetzt irgendwelche Restaurants oder andere Bereiche, irgendwelche Sportbereiche. Ja, wo ich sage, das finde ich total spannend, mir da zu überlegen, was haben die zu bieten und die auch in dem Sinn eben ein bisschen zu unterstützen und denen da den Mehrwert zu geben und zu sagen, hey, ich finde das mega cool, was ihr macht, aber ihr werdet noch zu wenig gesehen und ihr verdient das aber auf jeden Fall. Und ich finde, da kann Social Media super hilfreich und unterstützend sein und ja, ich weiß nicht, ich bin dann irgendwie gerne so die Person, die die an die Hand nimmt und sagt, guck mal, ich erkläre euch das ein bisschen, ich zeige euch, wie es funktioniert und dann könnt ihr quasi nachher selber laufen und selber das für euch erstellen und da auf jeden Fall dann mehr Wertschätzung für das bekommen, was ihr eigentlich macht. Hilfe zur Selbsthilfe. Vorrangt. Janika, ich könnte noch vier Stunden, wir müssen ein bisschen gucken, dass wir, ich sage es ja gerne, in der Sterneküche macht man das so, dass man genau so viel auf den Teller packt, dass man denkt, auch einen Löffel hätte ich nur essen können, damit man nicht so übersättigt ist, sondern dass man rausgeht und sich denkt, wenn die das nächste Mal nochmal sowas machen, dann bin ich wieder dabei. Insofern, in dem Status sind wir, glaube ich, gerade. Sag mir mal bitte zum Ende noch, wo kann man sowohl euch als Stadt oder auch dir folgen, um genau dich auch als Positivbeispiel weiterverfolgen zu können? Also Luisa hat es ja vorher schon gesagt, natürlich mich jetzt persönlich auf LinkedIn gerade, ich versuche da ein bisschen aktiver zu sein und wie ihr auch vorher schon gesagt habt, so die positiven Beispiele ein bisschen nach außen zu tragen. Uns als Stadt, eben natürlich auch auf Instagram, auf TikTok findet man uns, auf Facebook. Wir haben jetzt seit Neuestem, probieren wir uns so ein bisschen im Bereich WhatsApp aus und schauen mal, wie das so angenommen wird, wie das so funktioniert. Auf YouTube haben wir ein paar Videos. Genau, ich glaube, das sind so unsere Hauptkanäle, die wir aktuell bespielen und wo man auch regelmäßig Neues von uns hört. Perfekt. Wir werden das in die Show Notes alles mit reinpacken, damit man dich und euch auch verfolgen kann. Und dann bleibt mir zum Ende, du kriegst natürlich das letzte Wort, aber zum Fastende noch zwei Sachen zu sagen. Zum einen, für alle, die das total spannend finden, dann ist Punkt eins, sowohl Janika als auch der Stadt Tuttlingen folgen, versuchen es zu machen, auszuprobieren, mit anderen Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch kommen. Es gibt immer noch, ich möchte es nicht zu sehr platzieren, aber es gibt es halt immer auch die Möglichkeit, sich das Ganze von außen quasi nochmal als Beratungsleistung reinzuholen. Also wir bieten es unter anderem auch an, dass wir mit euch nochmal gucken, was ist da sinnvoll, was ist da nicht sinnvoll. Aber der erste Schritt ist immer woanders gucken und immer erstmal selber probieren. Es wird irgendwann immer einen Moment geben, wo man vielleicht sich nochmal externe Hilfe holen muss, aber wir wollen ja diese Positivbeispiele wie Janika und die Stadt Tuttlingen immer in den Vordergrund spielen, damit ihr euch erstmal ganz, ganz viel davon abgucken könnt und erstmal von Null auf Eins irgendwie kommt. Also nutzt das gerne, folgt der Stadt Tuttlingen, folgt Janika und das letzte Wort hat Janika. Ich würde sagen, es ist immer wichtig, neugierig und mutig zu bleiben und auch optimistisch zu sein, weil man so einfach es vielleicht schafft, viele Leute von der Stadtverwaltung zu begeistern und zu überzeugen. Die Ehrenbehörde der Woche, Stadt Tuttlingen. Danke Janika. Danke euch.